Das wahre Ding, das kriegen wir auch noch hin. So, komm gleich mal, komm. Jawohl, er hat auch ein bisschen Spiegel drauf. Verlässt das Auto vor der Kurve. Ja, vor der Kurve. Da kann ich noch mal sehen. Ja, gut, ich bin jetzt. Es ist da ja lang gefahren, Autos haben wir auch schon viel absolviert. Das ist der Gäste, der wird gebraucht. Oh, mal hier, das ist doch, der kommt unterwegs mit Spiegel. Kein gelben Rennsatz. Und der hat die Uhr. Er, heute unterwegs, wird das Team fast. Als fast hätte er das Auto noch gepackt. Aber nur. So, jetzt die einzige Dame am heutigen, nach Dach. Zwei habe ich. Oh, ja, zwei habe ich gerade. Also, guck mal, da geht die erste Dame. Ich habe schon gesagt, es ist schon fast, wenn eine Dame dann mit deinem Fest dort kommt. Vielleicht wären sie ja im Bikini. Nein, tut sie nicht, habe ich schon geguckt. Aber das ist gut. Oh. Also, können wir jetzt schon mal festhalten, die beiden ist am Pilotensatz frei und rein in den Darmwärten. Und das ist gut. Das ist gut. Voll überrasch. Das ist der nächste. Nächste BMW, Carsten Wagner kommt, er mit einem 5E34, Adrian Sankar, guck mal, alles geht miesen, alle Hex-Sleuner. Das ist doch ein großständiges Milo noch lang, oder? Ja, alles weiß. Okay, also Carsten Wagner war das, 340 BASE, ganz dezent eingesetzt. Applaus An die Diesel, mein Gott, boah, du Scheiße, einmal weg, ja, das ist die alte Weisheit, wenn ich diese Scheibe rufe ich ein Taxi. So, nächstes, an die Diesel kommt als nächster, jetzt wiederhole diese, meine Hand, schön. Applaus Ja, ja, Kohlendienst, richtig doll. Applaus 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 Ja, Lüftschule, da sitzt heute wahrscheinlich der Schüler an, der gerade und nicht der Meister. Aber er gibt alles, das kann man ihm wirklich nicht vorwerfen. Sieht doch gut aus. So, umgelebt. Jawoll, noch mehr Einnahme. Entschuldigung, ich bin jetzt ein ganzes Aufmerksamkeit. So, jetzt wieder hier unser Wartuscher, immer noch mit geschlossenen Nacht. Der ist ferner, da gibt es natürlich Abtrüge. So, jetzt wieder Attacke. Einer hat mir gemäß auf der Schweiz, der hat dem recht gut getroffen beim ersten Mal. Jawoll, geht noch gut. So, jetzt wieder ein bisschen, dann ist er wieder weg, nein. Damit ich den Secker entschuldige wieder machen, kommt so ein normales Verlärmung. So, nächster ist Basti Grimmsmann, Student. Studiert Riftwinkel. Mal gucken, ob er das irgendwo besetzen kann. Was sieht doch gut aus. Was ist denn gut aus? Jawoll, ich habe noch ein bisschen. Das ist ein sehr, 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 sehr. E-maliger Foto Cup Junior. Hast du grüßt, der Flosunnerweg? Michael Pilger, ich dachte schon, das wäre der erste mit dem Einschlag, in der Sankt-Kurve. Ja, da kann der Stift raus. Aber hat er noch die Kurve gepackt? Der war flotter Weg, gell? Ja, ein bisschen zu schnell, glaube ich. Er hat ein bisschen untersteuert bekommen. Wir sehen, ob er dann noch gut rumgerissen hat. E-maliger Foto Cup Junior.